Hi, ich bin Tanja von Olfa Shooters und wir sind heute hier auf der Schießanlage in Philipsburg auf der Hera Steel Nightmare 2022. Wie ihr seht, ist ganz viel. Wir schauen uns jetzt mal die Stages genauer an. Are you ready? Stand by! Wie funktioniert das hier eigentlich? Ihr seht hier gelbe Boxen. Aus den gelben Boxen können die gelben Ziele beschossen werden. Und aus den pinken Boxen die pinken Ziele. Es gibt aber auch noch viele weitere Farben. Die weißen Ziele können aus jeder, bzw. müssen beschossen werden, aber können aus jeder Box beschossen werden. Die andere Ziele aus der dementsprechenden Farbe. Reihenfolge statt Reihenfolge ist egal. Das wird euch überlassen. Die sind bereit bist du? Ja! Stand by! Bis zum nächsten Mal. 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 Standby. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.